It's done. You did it, but there's more. There's more. You're tired, but you have to keep going. There's still more. There's always more to do. It's not going to be easy. Ich, äh, so könnt ihr nicht schlafen, wenn ich im Schlafzimmer so warm ist? Kenn ich. Kenn ich auf jeden Fall. Kann ich nämlich auch nicht. So. Was wartet denn jetzt auf uns? Also hier hinter sieht man irgendwie nix. Ich bin gespannt. Ich sah mal eine Pläge in den nördlichen Landen von Eis. Es war so schrecklich, dass nicht der älteste Mann von uns das so genau erinnern konnte. Hunderten sterben. Die Krankheit nahm fast jede Person jünger als 40 und viele älter. Und wo die sterbende Mütter geboren wurden, Die Marken der Pläge waren auf die Baben, als sie aus der Wohne kamen. Ich weiß nicht, wie groß das Verderben hier. Ich weiß nicht, wie groß das Verderben hier. Das ist falsch. Das muss falsch sein. Das Ort ist. Da ist er. Da ist er. Die Licht. Geh nach dem. Er ist in der Haus. Find ihn. Warte, er wird wieder. Er ist disappear. Folle ihn. Don't let him disappear. Wo ist er? Keep going. How do you find it? Oh, ich will da gar nicht reinhüpfen, ne? Bleh. Es ist eine Anprüfung und du musst sie bestehen. Es ist ein Tümpel, der ist üblich. Es ist ein Tümpel, der ist ein Tümpel, der ist ein Tümpel. Sie wusste, dass etwas falsch war. Ah, guck mal, wie bei Vel'ran. Vel'ran? 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 Bei dem Geier wollte ich gerade sagen. Wie bei der Krähe. Du musst in den Weg kommen. Ein rotes X auf der Tür. Bedeutet Seuche oder Tod, ne? Das ist so. Das ist so. Das ist es. Du hast es geschafft. Es ist nicht fertig. Es ist nur ein kleines Stück der Puzzle. Du hast einen Weg gefunden. Die Tür. Quick. Du kannst es sehen. A line to the truth. The bridge. Ich will einen Schritt nach vorne gehen. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast die Tür. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Oh, dieser Tümpel. Boah. Tote Bäume. Alles tot und verderben hier. Entfernen. Ich wille... Ich bin hier. Ich bin hier. Du bist da drin? Geh raus, wenn du willst. Wo ist er? Find ihn. Du musst ihn finden. Fokus. Fokus. Da war ein Nordmann, der Grettir, großartig, und stark. Aber er war Angst, dass der Schmerz der Schmerz war. Ein Schmerziger kam zu seinem Haus, um ihn zu der Schmerz in der Schmerz zu ziehen. Er resistete, mit jeder Art von seiner Kraft. Er schlug zu der Schmerz, aber es gab es, und sie spielten aus dem Haus, und der Schmerziger kam, und der Mond schoss auf den Schmerz. Der Tümpel ist wirklich ekelhaft, ja. Ich habe auch letztens gelernt, dass Angst existiert eigentlich gar nicht. Angst ist nur in unserem Kopf, Sachen die wir uns vorstellen und eigentlich ist das richtig. Wir werden nicht mit uns geboren. So, das war's. Wer ist das? Ich habe ihn nicht mit uns geboren. Ich habe ihn nicht mit uns geboren. Warte mal, hier war doch irgendwo. One more. Wo ist dahin, oder? Wow. Da kommt der Hund. Was ist das für ein ekelhafter Typ? Der macht mir Angst. Ich sage eben gerade noch, Angst macht man im Kopf, ne? Ja, 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 ja. So, wo ist das? Oh, hier sieht gut aus, hier ist hell. Shit, das haben wir schon. Geh weg und lass mich in Ruhe. Sieh zu, dass du darauf... Wo soll ich denn hingehen? Jetzt war gerade pure Anspannung hier. Alter. Oh, 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 oh. Sanu. What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. My children are scared of the dark. They make up stories to fill the void. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are, like I am. You're not a monster. Without you, this darkness has made me a monster. That was a level A. What if you're wrong? What if you have nothing to do with us? What if we're wrong? The sword will never be yours. What if this is you? It's just a trick. It's just a trick. What if you've been told before you could go to the game? Three or four? Four. You don't know. It's just their game for you. You never know, which way it's going to go. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn. And it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Burial mound. The sword Tyrving. It's so strange that we go to such lengths to bury death. Some things are buried. Welcome very much. Super passend to the game here. Welcome to my house. We have no hands to pray. 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 We don't want to come. ask ourselves to fight with weapons. When she learns where her father is buried. so ein, was ist, Rabenkopf oder sowas, wie so ein Geier und Falke oder so. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt in dem anderen alle Opelisten gefunden habe, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Aber sobald ich irgendwas jagte, dann hat man immer so ein bisschen, boah, schnell weg hier. Oh, das sieht aus wie... Das hat was von irgendeiner Druidenhöhle oder so. Ich glaube, ihre Mutter war eine Druide, ne? Von Senua, die Mutter. Oh nee, das ist pure Dunkelheit da drin. So, der richtige Moment, Schluss zu machen? Nein. Oh, nee. Nimm die Fackel. Ja, bitte. Oh, das wird dunkel. Das wird so dunkel. Ja, genau. Wir gehen mal rein, passt die Musik. Dillian, ich bin hier. Ich bin hier für die Trennungen. Wie, wenn wir erst mal treffen, ich glaube, das ist der Aussehen. Da will ich wieder hin. Kann ich das anzünden? Ja. Oh, sehr gut, ich kann das anzünden. Oh, ich bin froh. Ein bisschen Stimmung machen. Ja, es wäre dieses Spiel nicht Stimmung genug hier, ne? Also, Leute. Okay. Okay. Boah, Alter. Ich hasse sowas ja, ne? Wird ja schon mal erzählt. Noch mehr Stimmung. Ja, noch mehr Stimmung. Boah, da ist eine Funde. Gehst du in die falsche Richtung? Warte. Äh? Schön, dass du ihn hören kannst. Hervor disguises herself as a man to join a band of warriors, and soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island, and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father, after passing through these ghostly fires, as though they were mist. Okay. The flames I passed through were real enough. Damn the Northmen to hell. The voice is getting louder. Listen, 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 it's him, listen, it's getting louder. There he is. Oh, das ist auf einmal laut. Keep going. Send one, follow the voice. You're nearly there. Dillian, it's him. He's going to save you. Find the voice. Find him. Oh, 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 oh. Irgendwas erwartet uns hier unten doch auch wieder, ey. Ich schmeiß den Controller bestimmt gleich ins Bild oder so. Oh, 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 oh. Okay, hier scheint aber noch Licht durch. Ah, hier unten durch. Hi, hallo. Oh, hier unten durch. Das ist nicht so schön. Oh, hier unten durch. Du bist so nah, hier unten durch. Oh, hier unten durch. Entschuldigung, das ist der Open von links hier, von Kevin allein zuhause. Und wollen wir da reingehen? Ich glaube wir müssen. Dahlian will mich mit meinen Angst vorbeigehen. Toll! Ich spinne doch! Vater? Ich bin weg. Ich habe es entschieden. Ich denke, es wird gut für mich sein. Es ist die Schmerz. Es spricht durch. No, Dad, es bin ich. Ich denke, ich kann beat es in mein eigenes Weise. Ich kann die Schmerz in deine Augen sehen. Ich habe ein Junge. Ein Junge? Nein. Er sagte, er könnte mir helfen. Es ist ein Trick. Er sagte, es könnte normal sein. Normal? Ja. Nein. Nein. Zuu 엔 Sie 해요. Die Brot werden in dir gegründet werden. Nein! Sie werden ihre Brüder auf dich verletzen. Die Gäste können dich nur durch meine Hand verletzen. Du gehst nicht hin. Nein. Du wirst nicht gewidmet werden. Komm, child. Take my hand. Komm. I see you. I am leaving! You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! Oh.